Als Sie gestorben sind, wie war es? Was haben Sie gesehen? Außerirdische Es wird Weaver genannt. Zumindest nennen wir sie Weavals. Wir wissen nicht, wie sie richtig heißen. Kommunikation ist nicht gerade ihre Stärke. In der Stadt gibt es ein paar hundert von ihnen. Wir wissen nicht, wie sie richtig heißen. Wir wissen nicht, wie sie richtig heißen. Felicitas, dignitas. Glorziger 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 Magnificentia, Viva, Cura.